So, und herzlich willkommen zu Doom Level 4, also Map 4 von Episode 5. So, damit hätten wir da eigentlich schon auch schon fast die Hälfte der Staffel, der Episode rum. Das heißt also, wir brauchen gerade mal diese Beine. Warum wird der davon, dass ich mich drehe, auf mich aufmerksam? Digga, was denn? Wo denn? Ich hau dich. Komm her. Ach, da hinten. Oh, Arschloch. Da gibt's doch gar nicht. Was? Ole, komm mir hier hoch. Ah, Alter, leck mich. Ich hasse dieses Gestrub, wenn's immer überall rumhängt, ey. Das ist ja jetzt gerade ein Blatt normal hier. Digga, wo häng ich denn? Fest, das gibt's doch gar nicht. Das ist... Nein, 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 nein. Geht doch. Ach ja, da war ja noch einer. Was? Noch einer? Da hinten. Komm her. Arschloch. Boah, ich krieg's auch schon wieder Aids hier. Komm ich hier rauf? Was ist hier? Digga, stürb... Worauf muss man den da schießen, ey? Was? Nein, bitte bleib auf. Bitte. Was sagst du? Warum tust du sowas? Tug's halt einfach mal hin zu. Boah! Alter, ihr wollt mich doch alle ficken, Alter. Ihr wollt mich doch alle hier... Alright, ich mach. Ah, komm her. Ah,viamente. Ah, komm her. Ah, komm her. Ah, komm her. Ah, komm her. Oh, das ist doch ein Weg. Na komm her. Warum bleibt er da hinten, Junge? Arschloch. Warum soll ich nicht lösen, Junge? Willen, nigger? P Dékie hier? Was? Oder haben die Dinger, die Dinger, die dinge abhänden? so der typ wird mir nicht gefährlich erstmal ja häng dich erstmal fest ok und jetzt was muss ich jetzt hier machen muss ich hier die Lava springen oder was jetzt nein endlich wieder hier was ist der Sinn des Ganzen ach wow guck euch das Auge an alter okay 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 siehst du ab und zu einfach mal auf deine Ohren hören kriegst du sofort mit wo hier was drauf geht hä wach du scheiiiisse ok warte also praktisch der gleiche Weg von hier draußen gut ok so hier kriegen wir eine blaue Perle die können wir tatsächlich mitnehmen sequels gibt es hier keine und hier gibt es auch nichts mehr ähm wo müssen wir denn eigentlich hin weil es hier nichts gibt gibt es noch einen anderen Weg ähm Ralu ach ja hier ok klappe und noch einer mit der Persönlichkeit macht auch irgendwie voll Spaß die ist für ultra schwach beim Wert zu anderen Waffen macht aber ultra viel Spaß aha da ist das rote Dingling gucken ob wir irgendwelche Fallen sind oder irgendwelche Sequels ne kann ja immer mal sein John Romero lässt grüßen ok wow ok ok wir haben eine roten Sculpt das heißt also den Knopf können wir drücken the question ist was passiert dann oh wow gut den können wir nicht durch wir müssen also hier erstmal komm wir machen erstmal den hier weg danke dafür so dann schätze ich mal das liebe Spiel möchte uns irgendwie in diesen Teleporter locken das heißt es wird definitiv eine Falle sein ach ne wir sind wieder am Anfang da habe ich wohl von dem Spiel zu schlecht gedacht ach Gott jetzt kommen die beiden ach ne ach ne ach ne jetzt willst du nicht runter sehr schön oh alter ja hello digga er hat mich Tschüss, oh Gott, verdammte Ruhe, mein Sohn. Hallo. Kein Secret, obwohl er da echt keine Kerze ist? Oh. Ähm. Wow. Wow. Ach, da... Wow. Ja, jetzt komm rein hier. Ja, jetzt komm rein. Es ist ein Technisch-Design. Oh, mein Gott. Ja. 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 I don't like it Vor allem holen wir jetzt aber auch durch hier Ah okay Jetsu Ah Ihr seid doch alle kranker, ihr seid doch alle krank, so was hat er jetzt gemacht Mann, du bist du da hin, du bist du Nein Okay, also habe ich gespeichert vorher, also ich habe also nicht drauf, oder? Doch, doch komm mal Na Wir hier einfach überall mit der Kaktiker sind Das Problem ist, dass man diese grüne Kugel, dass man nicht mal Schaden bekommen kann, das hier auch nichts, weil die halt gar nicht lange genug, wie wir sie bräuchten Oh Hä, das was? Oh lol ey Ah, das war zu früh Ja, das war zu früh Ja, das war zu früh Oh my god Wann ich was geht denn, da hab ich vergeben, das kommt ein wenig Schaden Ha, das schön ist, wir können von hier aus relativ gut taktisch vorgehen weißt du ich komme hier mit taktisch vor und ich bin einfach so dann schieße ich halt kannst du mal still bleiben hier kommt wer schießt hier von hinten von oben schießt hier noch einer ok jetzt kommt aber das ding wo die ganzen dinger hier immer runter gehen das heißt also jetzt muss ich einfach durch dann hallo Digga, noch 14% leben wollt ihr mich? Alter, das gibt's doch gar nicht. Dann fängt man die Tür auf. Oh Mann, ey. Na komm her. Mist, Geburt. Okay, ich geh mal noch mal ganz kurz hier, oh nein, da lang. Guck mal, ob wir hier noch ein bisschen Healthpacks bekommen. Oder ähnliches. Irgendwas, um unsere scheiß Situation ein bisschen aufzubessern. Also weniger. Hier war auch nichts mehr drin. Ne. Gut, dann einmal der nächste Weg. Was war hier? Na gut, jetzt zum Glück. Ah! Achso. Wow. Was? Was? Ähm. Was? 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 Die Idee. Gut, also Healthpacks bekommen wir keine mehr. Das ist natürlich traurig. Dann müssen wir... Oh! Achso. Ich schätze mal, das war kein Teleporter, äh, kein Secret. Oder kein Secret zum Teleporter. Na gut. Na gut. Gehen wir einfach mal hier weiter. Ach, noch ein Kacko-Diebender. Boah. Boah. Alter, ernsthaft. Wie? Lecke! Ach, oh Mann, ey, gut, okay, gut, dann mache ich das doch richtig, dann nehme ich mal lieber die hier, verschwende hier jetzt meine gute Munition. Hallo, wo er denn jetzt so? Loll, das geht ja wirklich, jetzt aber mit der Waffe ein bisschen blöd, ins nächste Level zu gehen. Okay, dann muss ich mal sagen, das war's für diese Folge, und wir sind ja noch ein bisschen in Ruhe ausreden, danke, also, das war's für die Episode, und damit auch erstmal für die Session, nächste Woche geht's dann weiter, ja, und jetzt kommt dann erstmal wieder ein bisschen Mindtest, Mindclone, VitaVille, Carpenter, ich hab keine Ahnung, ob das kommt, muss ich mal in meine Liste gucken, ja, auf jeden Fall geht's jetzt erstmal wieder mit dem Mindtest-Universum weiter, ja, in dem Sinne, Ciao mit V, äh, so bitte.